Hallo Mädels, ich weiß, ihr habt lange nichts mehr von mir gehört, aber ich habe gedacht, ich habe ganz schöne Fotos von diesem Pulli gemacht. Der ist ja auf dem Foto ganz nett, aber ich habe gedacht, ich muss euch den einfach mal live zeigen, weil auf den Fotos, finde ich, sieht er ein bisschen schlicht aus. Ja, ich habe ihn einfach mal schnell angezogen, bin auch gleich in die pinken kleinen Stäbchen geschlüpft. Das ist natürlich bei Regenwetter nicht der Hit, aber ich fühle mich schon ein bisschen, als wenn der Sommer kommen könnte. So, ihr seht das schöne Pulloverchen. Ich zeige es auch nochmal von hinten. Hier ist das ein Tübchen länger. Im Ganzen ist es so dieser Fledermausarm. Es ist wirklich ein leichtes, schönes Teil. Es ist jetzt prima zu tragen, entweder mit vielleicht noch einem längeren T-Shirt runter, wenn man mag, oder nur mit Top. Das ist völlig wurscht. Hochgekrempelt, also ihr geht einfach immer zu so einem schönen Sommerschuh, zum Sneaker, was immer ihr auch gerade Schönes da habt und einfach tragen wollt. Ein schönes Tuch drauf oder eine Kette. Ich habe mich jetzt hier für die Handytasche entschieden, weil es irgendwie viel ist, immer sein Handy dabei zu haben. Und farblich passt es auch. Haben wir auch im Shop. Fotos folgen. Und ich zeige euch auch nochmal den grünen Pulli. Warte, wo ist er? Wie ist er? So, das ist er auch nochmal in dem Grünton. Also sitzt genau so. Und ich kann euch den wirklich ans Herz legen. Er ist ein bisschen schlicht in der Optik im ersten Moment, aber zieht ihn an. Es wird euer Lieblingsteil. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibt alle gesund. Tschüss. 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 Tschüss.